Club 3, ist das Ende nun offiziell? Club 3, wann kehrt ihr wieder zurück? Genau diese Frage stellt sich die ganze Schlagerwelt. Seit einiger Zeit hat man von dem Trio nichts mehr gehört. Nun sorgt ein Mitglied mit einem Single-Release für Aufsehen. Ist das baldige Comeback der Gruppe in Gefahr? Florian Silbereisen, Jan Smith und Christoph sind die Gesichter von Club 3. Das 2015 gegründete Trio hat bereits drei Alben veröffentlicht und sicherte sich in Deutschland dafür zweimal Platin und einmal Gold. 2018 ist das letzte Werk der drei Jungs erschienen. Fans warten sehnlichst auf ein schnelles Comeback. Punkt eine Insidern verrät im Frühling, soweit ich weiß, planen die drei Jungs gerade ihre gemeinsame Rückkehr. Doch Monate sind seit dieser Aussage vergangen. Die Jungs sind aktuell mit ganz anderen Dingen als mit einer Club 3-Reunion beschäftigt. Florian Silbereisen ist das TV-Gesicht Deutschlands. Christoph muss die bittere Trennung von seinem Verlobten Ritchie verkraften. Florian Silbereisen startet dagegen gerade in Sachen TV-Karriere richtig durch. Feste Schuss, der SDS, Traumschiff und die Musik mit Thomas Anders machen den 40-Jährigen gerade zu einer unverzichtbaren Fernsehpersönlichkeit. Und was ist mit Jan Smith? Jan Smith, so Look Comeback. Denn der strotzt gerade nur sofort Datendrang. Nachdem Jan der ganzen Welt gezeigt hat, dass er den ESC souverän moderieren kann, startet der 35-Jährige nun wieder mit seiner eigenen Musik durch. In der vergangenen Woche hat der Mann aus Wollendam seine Single Solang Jebami Band. Auf Deutsch, solange du bei mir bist, veröffentlicht, es ist seine erste Solo-Single seit etwa drei Jahren. Punkt demnächst soll sogar ein Album erscheinen. Viel Arbeit für den Niederländer, und wahrscheinlich zu wenig Zeit für Club 3. Schlagerbohm, perfekt für eine Club 3-Rückkehr? Fans hoffen trotzdem auf ein Comeback. Dabei sind alle Augen auf den 23. Oktober gerichtet. Denn dann findet nach zwei Jahren Pause endlich wieder der Schlagerbohm in Dortmund statt. Zur Erinnerung. Doppelpunkt. Die vergangenen Ausgaben waren die Club 3-Festspiele, die von Florian, Jan und Christoph höchstpersönlich moderiert wurden. Vielleicht finden die Jungs in der Westfalenhalle endlich wieder zueinander. Werteilung hat ihm handelt. Untertitelung des ZDF, 2020